Ich bin Katja Schlager und ich leite das Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel, bei dem die Partnerschaft für Demokratie angedockt ist. Und ich bin Nele Badeda und ich bin die Leiterin der Freiwilligenagentur in Wolfenbüttel. Die Partnerschaft für Demokratie ist Teil des Bundesprogramms Demokratie leben und wir haben drei Schwerpunkte, Vielfalt gestalten, Demokratie fördern und Extremismus vorbeugen. Und die Themen bearbeiten wir seit einigen Jahren hier im Landkreis zusammen mit den Projektträger und Trägerinnen. Dieses Jahr wird das Grundgesetz 75 Jahre alt und wir feiern das. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir ein Festival durchführen wollen in Wolfenbüttel und im ganzen Landkreis. Dafür konnten wir über zehn Vereine im ganzen Landkreis gewinnen, die mit uns zusammen ein Demokratiefestival durchführen. Als Partnerschaft für Demokratie haben wir die Möglichkeit, Menschen bei der Auslebung ihrer Rechte zu unterstützen, zum Beispiel bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Artikel 3 sagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und das Demokratiefestival zeigt das auch in seiner Vielfalt mit all den tollen Projektträgern und Trägerinnen, die wir haben und allen Menschen, die zum Demokratiefestival kommen können. Auf dem Demokratiefestival könnt ihr zusammen tanzen, diskutieren oder brunchen. Es gibt Ausstellungen, eine Kinovorführung und auch ein Konzert. Also kommt vorbei! Es lohnt sich!